bing halli hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen special würde ich sagen ich bin der baume wir sind live auf twitch und mir wurde ein spiel zugetragen das soll ich mal unbedingt spielen es nennt sich pony island es ist es ist es ist warte mal das ist mein hoch das ist mein desktop das befindet sich genau hier das spiel ich habe es noch nicht gestartet ich habe mir keine videos dazu angeschaut ich habe mir keine screenshots angesehen ich weiß nicht worum es geht es ich soll ich soll einfach es wurde mir von der trollin empfohlen die ist schuld ich soll ihr vertrauen wir werden sehen ob sich das auszahlt los geht's meine fresse ich habe es bis jetzt noch nicht gestartet ich weiß nicht was jetzt passiert ich hoffe es klappt alles das sieht schon mal gut aus ich probiere kurz einen kleinen trick das klingt schon mal irgendwie anstrengend volle konzentration trau niemals einer frau greenhorn du kennst du kennst das mit dem leute die nicht verbluten ja 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 am nächsten tag nackig im wald aufwachen son of odin ich glaube so schlimm wird es schon nicht werden es hat was mit ponys zu tun es kann schon mal prinzipiell nur schlecht die musik ist schon mal sehr schön was haben wir dann für options fancy graphic settings ah mensch quality drehen wir drehen wir meine güte resolution es geht ging sogar noch höher wahnsinn doch mehr macht leider nicht mit audio ist in ordnung was ist das ja null von 24 tickets gefunden gut was ist das ich komme vor wie im teletubby land oh gott das ist doch sehr laut mr blakex vielen lieben dank für den haus ich mach es mal gerade ein bisschen leiser ich mach es mal gerade ein bisschen leiser sorry das dröhnt übelst auf den ohren hoch 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 was ist hin das ist weg du trollpool du heimlicher werbungsmacher vielen dank für den haus wenn du ponys nicht magst schick sie zum schlachter baume okay wir machen jetzt köstliche lasagne was ist denn das hier was ist denn das pony physics auf jeden fall free ticket nehme ich oh errungenschaft reingeschaltet what the fuck yay ich habe ein kosmos was ist denn das advanced gibt es nicht ich habe ein kosmos mir schlachter ich habe ein kosmos fix start menu ich mache ein kosmos ich mache ein kosmos Was ist denn das? Was? Was ist denn das? Okay. Gut, ich brauche Drogen für dieses Spiel. Ich würde ja sagen, ich gehe mir noch mal ein Bier holen, aber das wäre so ein weiter Weg. Macht Baume schon was? Ich sehe nur das Menü. Ich glaube, das Spiel hat nur ein Menü. Was ist denn das jetzt hier? Start to leave. Enter, enable, ja. Start to, nee, was ist das? Hey, wow. Ich glaube, das Spiel muss ich erst mal... Was ist denn das? Loading. Ja. Was bist denn du? Was war denn das? Hier. Da. Friss das. Pasch dich. Es hat ja gar nichts mit Ponys zu tun. you just had to fix it, didn't you? Where was going? Schnauze, das Spiel mich etwa an. Ein wahnsinnig komplexes Spiel, wie ich sehe, was passiert und wenn ich den gummbare, geht nicht, okay. Ah, ich fang nochmal von vorne an, komm, ich lauf lieber so, da kann ich mich noch hicken im Arsch, ähm, rubbeln, wubbeln, Weltkuscheltag ist heute, ich kuschel meinen eigenen Popser, ich bin schüchtern, ich verstecke mein Gesicht. So, fast geschafft, fast geschafft, fast geschafft, gleich, gleich haben wir gewonnen, yo, Wahnsinn, ich bin begeistert, insane, wow, incredible, was ich, ein Level nach dem anderen, Level 60 hab ich schon, Wahnsinn. Fängt's jetzt nochmal von vorne an? Was ist denn das? Kann ich irgendwas anklicken? Kann ich einen Doppelsprung machen? Oh, nein, verdammt, ich wollte das Ding hier anfassen und wegziehen. Was passiert, wenn ich VHSD drücke? Okay, hier im Hintergrund sieht man übrigens einen gigantischen Arsch. Wie er gerade unter die Welt kriecht und von unten so kleine Zahnstoffer durch die Welt spießt und uns damit versucht umzubringen. Und wir sind das letzte Einhorn und wir rennen weg vor unserer Verantwortung. die Verantwortung das letzte Einhorn sein zu müssen. Also, okay, falls hier irgendjemand Probleme hat mit epileptischen Anfällen oder so und es jetzt noch nicht geschafft hat abzuschalten, dann kann ich ihm leider auch nicht mehr helfen. 360 No Scope. Wow, was passiert, wenn ich bis 100 warte? Ich will ehrlich gesagt das erste Level nicht nochmal spielen. Dude, stop steht dort. Das steht, what? Wow, holy shit. Was passiert bei der 100? Was passiert bei der 100? Was passiert bei der 100? Overflow Error. Int Overflow Error. Bei 100? Das macht kein Sinn. Das wäre eigentlich bei Aperture. Continue. Insult your soul to continue. Experience the rest of... Meine Seele. Ich habe gerade selber keine da. Ich habe die schon verbraucht, aber ich habe hier noch... Ein bisschen Nasenspray. Hat gereicht. Hat gereicht. Hat der gute alte Nasenspray-Trick. Merkt euch den. Ähm... Was zur Hölle? Du gehst da rein. Du gehst hier runter. I fixed it. Mann, ich bin so gut im Programmieren. Das ist der Wahnsinn. Stopped working. Checking for solution problem. Das hat ja noch nie funktioniert. Wann... 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 Hier nimm meine. Auch Berlin. Brauchst du die nicht mehr? Aber das alle... Oh, der zerflattert den Ding. Ich bin auf dem Desktop. Schön. Schön. Schön auch... Walkthrough-Texte. Das ist für ein Scheiß. Oh, es ist viel Texte. Ich muss ja... Warum ist das denn so? Erstens... Pick help and options. Choose fix start menu. The back button will fall out of place. Pick the button and drag it back into place. Click back. Click start game. A binary portal appears. To solve the puzzle, place the green... Where are we then here? Find the binary portal in the bottom right. Da waren wir zuletzt. Swap continue code block for the orange right block. Swap the loop code block from now free. Continue. Once the game has crashed. Close the two windows by clicking the X button. Click on the Messenger shortcut. Messenger shortcut? Wo ist denn der Messenger shortcut? Messingo! Da steht... Das sieht doch aus wie das Messingo von Pokémon. Schön. Wo ist denn der Messenger? Ach, da unten. Okay. Was passiert, wenn ich Pony... Ne, will ich gar nicht nochmal starten. So ein Kackspiel. Ui! Es ist auch schön, wie sich das hier so verzerrt auf dem Monitor, ne? Nettes Detail. Coole Head-Datei. Ja, ja. Hilft mir. Unglaublich. Was ist ein T-Echse? Tick. Tick... Unglaublich. Was... Was hat's mit diesen... Tickets überhaupt auf sich? Huch! Huch! Ähm... Ähm... Moment. Ich glaub, da bin ich aus Versehen raus. Äh, äh, äh... Warte, 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 haben wir gleich... Da ist es, da ist es, okay. Ticket. Ähm... Sorry. Sorry. Corrupted. 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 Pony Galaxy. Auf jeden Fall. Controls. Hoch, runter, links, rechts, Space. Los geht's. Nice. Voll geil. Ein Minigame im Game. Was kommt da überhaupt auf mich zugeflogen? Sind das Rinderschädel? Ich hab irgendwie voll Angst, dass das Buch total sinnlos ist, was ich gerade mache. Ich minimier das erstmal. Hier unten ist die Dars-Leiste. Highlight-Baume, versteht's? Ja, ja, doch. Klar, ich versteh's voll gut. Ich versteh's voll gut. Ähm... Das geht nicht. Na okay, da bleibt ja nur noch der Messenger. Messenger. What was that? Hopeless soul. Bin ich... Bin ich die Hopeless Soul? Was war das? Hallo? Hallo? Kannst du das jetzt sehen? Bitte antworte. Hallo? Ich sage mal... Dance. Game. Hallo? Nicht die Antwort, die ich erwartet hätte, aber hallo. Hallo? Wer bist du? Ähm... Deine... Mutter. Hallo, deine Mutter. Das heißt meine Mutter, du Hund. Deine Mutter, I'm... I'm a prison of this machine. Er ist gefangen. I do not want to panic, but it's possible that we may share the same fate. I have a plan, but I do not have the means... the means to execute it. You must help me, deine Mutter. Will you help me? Will you help me? Maybe. What was that? Was war das? Ich weiß nicht. Nothing. Ich habe noch eine Nachricht. Lucifer. Hello again. Wo sind denn die Ponys hier in dem Spiel? Das hat... Das hat gar nichts mit Ponys... Guten Abend, Baumo und Hi Andy Batty. Mein Setti. Hallo. Hello again. Ja, selber hallo. You must feel good about yourself. You hacked your way out of the pony island. The positive feedback loop for compelling men's jumping task wasn't engaging enough for you. It was so terrible that you had to escape. You just had to... Ja, ja, es war wirklich furchtbar. Es war ein gutes Spiel. Who is messaging you? Nobody. What? Regardless, don't message anyone else on here. Now my plan. There are three core program files that this system depends on. Deleting a single one will less the power of the HE field. What? 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 No, I don't understand it. Who are you talking to? Ähm... Ne, ich verstehe das nicht. Äh... Just... Shut up. Ich mag Lucifer nicht. Du bist so arrogant. I have been making changes to Pony Island. We will see what you think of it this time. Ähm... Enough of that. Ich sag no thanks. Was? Yes, Master. Nein, das hab ich nicht geschrieben. Das hab ich nicht... Ich hab no thanks geschrieben. Was? Das hab ich nicht geschrieben. Äh... 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 Ähm... No, 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 no. Das schreib ich nicht. Scheiße. Thank you. Pick dich. Was ist denn das? Nein! Meine Maus! Meine Maus! Nein! Nein! Das... Das bin ich... Fuck. Ich hab aus dem Spiel geklickt. Schon wieder. Hahahaha. 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 Oh Gott. Hahahaha. Hahahaha. Blood Mage, danke für deine Werbung. Hahahaha. Hahahaha. Der Tusker, grüß dich. Hahahaha. System Tech Co-operated. Hahahaha. Schönes Spiel. Hahahaha. Hahahaha. Ach du Scheiße. Grumpy Ponies. Hahahaha. What the fuck. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hahahaha. 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 Und Xenocrash. Vielen lieben Dank. Hahahaha. Und... Was ist denn hier los? Wer hat das denn programm... Ich klicke dich ja... Uh... Und du? Gar nicht. Hahahaha. Was ist das? Hahahaha. Enter the Password, mortal. Enter back to leave this please. Das Passwort ist bestimmt Poops. Das passwort ist bestimmt Poops. Hahahaha. Ähm. Um, enter, back to leave, fool, um, back to leave, fool. Wrong, you are wrong, no, you are wrong, 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 you think you're clever, wrong, I am clever, wrong, you are wrong, true, back, arschloch, arschloch kind, was bestimmt das Erstgeborene. Improved load times, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Wiss? Ich bin doch nur ein Pony. Da ist das Pony. Das Pony ist übrigens kein Pony, sondern ein Einhorn. Ich wurde betrogen. Game over. Natürlich, natürlich. Oh, just surrender your soul, der Sound ist auch so ekelhaft. Jeffrey Mark Hexel, vielen Dank für deinen Host und herzlich willkommen bei Pony Island. Spiel das bloß nicht zu Hause. Mach das nicht zu Hause nach. Das ist kein Spiel für Menschen mit Seele. Ihr hättet was zu verlieren. Oh, Baby, Baby. It is a wild world. Ich mach mal hier drauf. Ne? Ne? Top PP, Dankeschön, Dankeschön. Mensch, jetzt lass mich doch erstmal zocken. Safe? Was heißt hier Safe? Was? What is this place? Ach so, da geht's um Timing. Oh. Hä? Jetzt steht er still. Okay. 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 Start. Save. Jumo. Write. Phenomen Paar. Da. Da. Ähm. Da muss eigentlich das hin. Hier. Ach, hier startet das, sobald ich da was reinlege. Coolio. Ich hab, ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Ich kann das übelst. Print Ticket. Wait, ich hab noch ein Ticket. Wozu auch immer die gut sind. Ähm. Luzi. Fair. Ähm. Yes. Master. Backe. 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 Was mach ich denn da? Haben wir wieder Options? Huch. Ich kann ihn. Ich kann ihn. Ich kann ihn. Ich konnte ihn jetzt. Jetzt konnte ich ihn. Vorher konnte ich's nicht. Jetzt kann ich's. Ich hab Angst. Keinen Grund Angst zu haben. Auch wenn wir Seele verlieren können. Das Spiel ruhig mit einer Damstream auch. Nicht schlecht. Viel Spaß, Lust auf mehr. Wenn du noch bisschen Seele übrig hast. Mich verstört das Spiel zu viel. Mein Brain ist noch aufgeweicht von Papers, Please und den ganzen Zetteln. Ach Gottchen. Doktor PP, du wolltest doch unterwegs sein. Jetzt. Was? Urs... Ursine? Ursini? Ursini. Moin. Moin. Hallo. Hallüchen. Vielleicht ist es ja Rumpelstilzchen. Gib mal jetzt Doktor anstatt Master ein. Nein. 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 Wir machen erstmal Anti-Ali... Das machen wir aus. Piep-Bop-Piep-Bop-Bop. Pony-Physics. Auf jeden Fall. Free Ticket. Ich mach das alles kaputt. Kaputt. Wo sind denn die Advanced Options hin? Okay. Doof Pole. Heu! Philip dit? Heu! 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 Dudebat teeny... Was? Ansel to your prayers! Hellfire! Klar, ich nehm noch ein Ticket, scheiße. Ein Ticket bitte? Jetzt muss ich an die South Park Folge denken, wo die die ganze Zeit LSD nehmen. Bau mir links! Ich hab's gefunden, danke für den Tipp. Konfuzel läuft weg! Cool! Advanced Gameplay! Old Prototype Options. Ist das hier im Hintergrund ein Ding? Muss ich da was erkennen? Nö, etwa... Was? Ich kann keinen freien Willen wählen. Pony Blades! Warum denn? Ich will... Was ist denn hier? Lauter geiler Scheiß! Was? Really useless Option? Weeeeee! Was ist das denn? Oh, Pony Salvation Options! Was? 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 Ich will Laser! Gib mir die Laser! Ja, fucking... Shit! Ich nehm... I won't let you! Ich will aber! Gib mir her! Klick, 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 klick! Was ist das? Weeeeee! Hihihi! Fucking Shit! Mein Brain-Color-Biard! Es gehört sich so nicht! Gullchen! Wunderschönen Abend wünsche ich dir! Und... Willkommen bei einem Spiel der ganz besonderen Sorte! Ich nenne es Pups! Denn genau das tut's! Es pupst! Weiter runter! Komm schon! Junge! Kämpfe! Ganz ehrlich, diese Sounds machen mich absolut fertig! Ich muss diese... Ich brauch die Lasers! Äh! 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 Was? Ui! Wie? Bei mir steht immer noch Gaming-Talkshows. Ich hätte es nicht gesehen. Wie? 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 Ist das denn jetzt doch irgendwann mal auf? Also, was ist denn das? So, das ist jetzt scheiße. Warte kurz. Ach nee, alles cool. Alles cool. Diese Sounds. Ich glaube, ich muss die noch leiser machen. Das macht mich echt fertig. Ja, ja, ja. Können wir es jetzt... Ich habe gecheatet. Errungenschaft freigeschaltet. Better options. Pew, pew, pew. Laser, laser. You can't play with that? I can't play with that. You can fuck your face tonight. Yeah. Pew, 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 pew. Pew, pew. Ich laser alles fort. Das ist nice. So ein Scheiß. Oh nein, nein, nein. Mein Mojo ist alle. Yeah. Ticket, ticket, ticket. Jawohl. Tju, 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 tju. Der nimmt die Fuchtel da weg. Bandstrahl. Der blutige Bandstrahl. Der Rache des Ponys wird euch treffen. Pew, 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 pew. Ich komme auf einmal wie ein brutales Badass-Pony vor. Das ist Wahnsinn. Binärer Laser. Tju. Ich will nicht kontinuern. Ehrlich gesagt, wenn ich mit dem Spiel laufe. Schwarzjord. Wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ah, diese Musik. Was? Es hört mich auf. Es hört mich auf. Es ist so nah. Tju, 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 tju. Dieser kurze Slow-Mo-Modus, wenn er... Als ob die Engine überlastet wird. Die Mucke. Trollen. Trollen, wo hast du denn das gefunden? Sag mal. Bei wem hast du denn das gesehen? Du musst mir das... Bei wem auch immer du das gesehen hast, du musst mir das Video schicken. Ich muss mir das mal anschauen. Da kann man ja nur krachen gehen. Pew, 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 pew. Und diese... diese... bekloppte... Zwischenstory von... von... dem... Lucifer, der dieses... You Cheater! Ho, ho. Ich bin... Ja, vielleicht... Du bist selber ein Cheater. Was ist denn nun los? Wer zur Hölle ist denn da drin? Oh, okay. Ne Chor- Chorfeil. Deine Mutter... Na, komm, ab geht's. Deine Mutter ist an deiner Seite. Holy Christ, was ist das denn? Das ist die Chorfeil, natürlich. Hardcore-File. Ja, ja. Dämonische Verteidigung. Ja, ja. Shouldn't be a problem. Sind es uns locked up. Okay. Strange. Strange. Strawpole, der entscheidet. Berlin, ich denke mal, wir werden... Hast du bei Jack gesehen, Trollen? Ah, okay. Warum ist doppelt now? Ich zieh's durch. Ich zieh das durch. Ich zieh das durch. Kleine Hufe. Diese kleine, kleine, fiese Hufe. Ich komm nicht an die Chorfeile ran. Aber ich hätte das gedacht. Da ist ein Lok, da ist ein Lok, da ist ein Lok. Können wir mit dir irgendwas machen? Kringelwald. Dankeschön für den Aus. Just Cause spielen wir heute auch noch. Aber erst mal zieh ich das hier durch. Wo soll der hin? Der soll, der soll. Nee, 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 nee. Ey, du Ficker. Was? Genau, danke. Super. Ja. Dankeschön. Charles Play. Kinderspiel. Du bist eine brutale Echse, ne? Denkst du, denkst du bist hart, ne? Ist eigentlich so hart wie ich. Was ist das? Oh. Ah. Wer? 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 Nö. Was? Ah, okay. Reset. So, wenn ich dette... Macht da dette. Wenn ich dat dahin tue, tut er dat dahin, dann tue ich dat dahin, und er macht dat dahin. Dann mach ich dat dahin, der tue dat dahin, und ich tue dat dahin, er macht dat darin, und dann passt das. Ich bin super gut. Ich bin super gut. Oh, wir müssen davon noch drei solche Files machen. Das ist aber echt ein fieses Spiel. Scheiße. Fischkopf hat's auch mal gesucht. Schon wieder sowas. Es wird einfach nur komplexer. Das ist jetzt nicht wirklich... Fast. Das kommt doch hoch. So ziemlich, das kommt doch runter. Ja, fast. Das, äh, kommt hierhin. Äh, fast. Das kommt hierhin. Ja, das kommt da hin. Nee, das kommt hier runter. Das kommt da hin. Ja, so ziemlich, aber fast noch. Nee. Haben wir fast. Haben wir fast. Nee, das kommt nach da. Ja, da, 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 da. Äh, dankeschön. Was machst du da? Doch, 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 doch. Du wirst es nicht schaffen, mich hier vom Knacken abzuhalten. Oh, aller Hotzen Zotzel. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Sind die gesperrt jetzt oder was? Oder, oder? Baume, welcher der Bots fehlt. Der Bot, Moobot. War da noch einer? Äh, der Nightbot, Doktor PP. Da war noch der Nightbot. Hacknet anschauen. Trollpool. Ich glaube, das kenne ich sogar. Das hatte ich mal bei einem Kumpel gesehen. Okay, fangen wir mal an. Das kommt, ähm, hier rein. Wo wollen wir denn hin eigentlich? Oh, die kann ich da nicht mehr rausnehmen. Das ist in Zurich, eigentlich. Ja, da können wir ja runter. Und, ähm, Crimson United. Vielen lieben Dank fürs Hosten. Und die drei Zuschauer. Herzlich willkommen bei Pony Island. Ein Spiel, das erschreckend wenig mit Ponys zu tun hat. Warum legt denn der den Pfeil immer da rein, wo ich ihn nicht wieder rauskriege? Ist der so redundant, dass wir noch einen kriegen? Dann würde ich den mal hier hinlegen. Fast. Der kommt, ähm, da hin. Dit ist auch fast richtig, ne? Der kommt nur hier rein. Fast richtig. Der kommt jetzt mal nach da. Dit ist doof. Ja, nee, dit kommt nach da. Das kommt da hin. Richtig, richtig. Ja, das kann man auch so nehmen. Dit ist jetzt irgendwie falsch. Wir sind jetzt schiefgegangen. Hä? Ähm, Moment. Ähm. Wenn ich den jetzt hier hinlege. Der packt die immer da rein, ne? Da kriege ich die ja nicht mehr raus. Und wenn ich den hier selber reinlege, packt er dann da unten rein. Das heißt, der Pfeil ist auf jeden Fall weg. Den verliere ich auf jeden Fall. So, und den brauche ich auf jeden Fall da unten. Den brauche ich auf jeden Fall hier. Und jetzt kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. So, den brauche ich sowieso nicht. Den brauche ich da oben. Den brauche ich hier unten. Den brauche ich hier. Da kommt irgendwann nochmal ein... Ah, Quatsch. Nee, den brauche ich nicht hier. Den brauche ich da, 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 da. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Doch, hier unten. Nein! Nein, 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 nein. Der hat es verdreht. Der hat es verdreht. Warte, nochmal. 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 Das krieg ich hin. Das kommt da runter. Äh. Das kommt hier runter, meine ich doch. Das passt. Das kommt weg. Das kommt nach... Da. Das kommt nach hier. Das kommt nach hier. Das kommt nach hier. Das kommt nach hier. Das kommt nach... Ich check's grad nicht. Was macht denn der beim letzten Mal? Der verdreht dann irgendwelche Sachen. Beim letzten Schritt verdreht er immer irgendwelchen Scheiß. Warum bedenkt den Key nach ganz rechts? Und dann nach unten. Vielleicht so. Und dann geht's sonst nicht auf. Ähm. Denkste? Hier rum? Denkste? Ja, warte. Wir haben ja zwei von diesen... Ähm. Blockern drin. Das muss schon so gehen. Also ich... Ich glaube. Wenn der jetzt... Boah. Äh. Der muss ja auf... Tu den jetzt mal hier hin. Den nach da. Ich glaube, ich muss ja am Anfang einfach gar nichts sortieren. Oh nein. Fucking shit. Das ist jetzt... Ich glaube. Das ist mir... Schon fast zu hoch. Den lasse ich da mal drin. Einfach so, weil ich's kann. So, den wird er schon noch irgendwie wieder verdrehen, dass es passt. Hoffe ich. Ähm. Jetzt legt er den... Gleich irgendwo hin, wo's frei ist. Was macht denn der hier eigentlich? Der ist ja völlig falsch. Achso, warte mal. Äh. Fuck. Ich komme irgendwie auf das Level gerade nicht klar. Das macht mir eine Synapse kaputt. Ähm. Das hier würde nicht gehen. Weil dazu fehlt uns ein weiterer zurück. Also nach links. Weißt du? Die muss ich irgendwie... Das hier ist so mein Friedhof. Mit dem muss ich, glaube ich, arbeiten. Oh. Ah. Trollen. Warum? Sowas. Das ist nicht gesund. Ich versuche das hier zu korrigieren, was er macht. Aber ich muss auch aufpassen, dass er nicht totalen Bullshit verzapft. Weil das nicht gut ist. Sonst macht er das. Sonst macht er genau das. Fucking shit. Ähm. Okay. Der kommt dahin. Der kommt der nach rechts. Den kann ich eigentlich hier hinsetzen. Jetzt macht er den nach links. Den muss ich auf jeden Fall hier haben. Und den dahin. Jetzt kann er schon mal keinen Scheiß mehr bauen. Keinen Scheiß, den ich nicht korrigieren kann. Das kann ich korrigieren. Das kann ich korrigieren. Das auch. Ähm. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Und jetzt verdreht er gleich nochmal irgendwas. Nein. 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 Doch. Boah. 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 Das nächste Mal mache ich mir Whisky in den Kaffee. Was? Ich fahre schneller. Run. Moin. Run. Danke für den Host. Und willkommen bei Pony Island. Ein Spiel, das uns versucht zu... zu ketten, anzuketten und wir wollen uns in die Freiheit zurückhacken. Santa-Tag. Ne, Satan-Tag. Entschuldigung. Hab ich doch gerade den Weihnachtsmann mit dem anderen Bösen verwechselt. Warning. Core-File missing. Proceed. Hopeless Soul Guest Corrupted Corrupted. Kenne ich irgendwoher. Lucifer. Passwort. Titties. Ups. God. Ey, komm. Das war bei dem Film Hackers, war so die letzte Szene, wo so gerade so ins Hauptsystem der CIA-Weißes Haus hast du nicht, Weltherrschaftsorganisation so. Er hat sich durchgehackt durch alle Firewalls der Welt und da kam so riesengroß dieses Fenster. Yes, Passwort eingeben. Und alle so, so voll viel Schweiß im Gesicht, so voll... Ich weiß es. G. O. D. Nein, jetzt hab ich Dog geschrieben. Okay, wir lassen das. Hackers. Ein wahnsinnig schlechter Film. Mit Angelina Jolie und noch irgend so einem Typen. Was für ein schlechter Film, ey. So, ich bin Gast. Gäste haben kein Passwort. Gäste haben kein Passwort, nirgends. Na und? Was hab ich denn jetzt hier? Was ist denn das? Okay. Alles Corrupted. Ähm. Nochmal Missinggo? Nein. Walkthrough Messenger. Ich hab ne neue Nachricht. Hopeless Soul hat mir geschrieben. Please respond when you find this message. Nope. Mach ich nicht. Good. It's good to see you. That Azazel... Still there? No. Er hört auch einfach nicht, was ich sage. You did well with the first core file, deine Mutter. However, we still have to deal with two others. Despite the amount of data, the current security will be increased. I won't be... Open another portal. I have an idea. Look into my profile. What? The Password is 2734. Thanks. Thank you. What are you? Hmm... 2734. R? No. It won't be easy for me to open another portal. I have an idea. 2734. You made it over. Welcome to my home. Here is my password thus far. Anyway, my plan. Open up the search box tour. This CIA-Weiss-Haus-Weltherrschaft-Organisations-Getue. I can't... 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 I can't see... The Nachtpod is not there. Ui. Why is he not there? Oh. That's we have to do after the game then. Merk dir mal the quote. I know. I can't do it. Worant can't lie... That the Nightpod is now today? Because he just lost in his eyes. Hackers found I so... ...not so... ...so... 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 ...no... ...so... Ja, du hast halt gemerkt bei dem Film, dass der von Leuten gemacht wurde, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Ich will mal kurz gucken, ob ich... Ach nee, das mache ich jetzt nicht. Das könnt ihr alles sehen. Das ist doof. Dann mache ich das wieder aus. So, ich soll irgendein Search-Programm starten. Nö, ich mache erst mal den Messenger aus. Weg damit! Guck mal, kann ich ihn hinten... Guck mal, der kann Portale generieren? Ja, viel kann ich ja leider nicht machen. Äh, äh, was für ein Ding? Corruption Security. Was, 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 du schreibst nicht immer so viel. Die Schrift ist vor... We need to find a program with worst... So, sometimes less than 50% could allow me to open another Portale to the second corrupt file. It would need to incredibly poorly programmed. Wuuuut? So easy ist das. Warte mal. Miss. Tee. Ticket. Ich habe gerade Ticket eingegeben. Warum? Hier steht Ticket. Wie kann ich denn das sortieren? Ich kann nicht mehr denken. Das Spiel ist einfach zu schlimm. Musst du mir... Hä? The corrupted profile next to mine may be worth investigating. Find Pony Island and play it. As soon as I am able to open a portal for you. Aber hier ist doch noch ein Ticket versteckt. Wie kriegst du denn das Ticket? Huch. Wie funktioniert denn das Ding? Wäh? Ja, Pony Island. Und, äh... Jetzt auf einmal geht's. Ticket? Ja. Hey. Holy shit. Was für ein Fuck ist das? Was für ein... Wo kommt denn das... Warum? Warum macht so jemand was? Und warum lese ich schon zum gefühlten zehnten Mal im Chat, Baum hat's kaputt gemacht? Das ist das... Es ist... Es ist... Es ist schon von Anfang an kaputt gewesen. Wirklich. Alles ist schlimm. Thosa, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Willkommen bei Pony Island. Ein Spiel, das erschreckt hat, wie wenig mit Ponys zu tun hat. Was bist du zur Hölle? Du bist ein Auge, in dem ein verkehrt rum ist Kuzifix drin hängt. Das ist corrupted. Das ist corrupted. Das ist... Was ist das denn? Hopeless Soul? Ach, jetzt kann ich alle Passwörter sehen. Ui. Ponys? Das Passwort von Lucifer ist Ponys? I am Error. Ponys. Warum ist denn das... Warum ist denn das jetzt da? Warum bleibt denn das da? Ui, das ist neu. Das... Das Pony kriegt Flügel? Oh, cool, cool, cool. Cool, will ich haben. Butterfly. Noch mehr Corruptors. Die Siedler von Katan. Die Siedler von Satan. Alter, ist das geil. Pauma hat es kaputt gemacht. Pst, Pauma, du hast noch Gaming Talkshows drin. Immer noch. Moment. So, jetzt habe ich 5000 Mal auf Aktualisieren geklickt. Jetzt müsste wirklich Pony Island da stehen. Weil wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Darauf geschissen. Ähm, was? Die Siedler von Katan. Wir haben 5... Ne, Quatsch. 10 Holz. Wir haben keinen... Wir haben... Was? Ähm... Wie funktioniert denn das? Ähm... Drehst du noch 3 auf den Kopf? Das ist doch falsch rum. Das sehe ich doch von hier. Das ist doch... Das muss doch... Adventure Mode. Oh, wahnsinnig geil. Wie habe ich es vermisst. Es hat sich wieder weiterentwickelt, das Spiel. Oh, ist der Sound nervig. Ist das schlimm? Drück doch mal F5. Das Spiel ist aktuell. Das haut schon hin. Wenn nicht, ist es Wurst. Was ist denn das? Ein Portal, oder was? Wow. Ich bin Muchos impressed. Holla, die Waldfee. Das wird ja immer komplexer. Wahnsinn. Warum ist der Monitor schief? Immer noch. Ist das Don't Starve? There is a huge amount of corrupted data north of you. Our best chance at opening another portal lies there. Stormy lights. Wunderschönen Abend. Und Valobruja ebenfalls. What is that? Ach so, das ist doch nix wie... Sondern ich muss da hin. Wie komme ich denn north? Wie muss ich denn nach north? Wie geht's denn nach north? Hills. Beach. Da ist Fieberthermometer im Weltpopo. Hier ist noch ein Popo. Popo. Noch ein Popo. Stark. Holy fucking shit. Ich sterbe lieber freiwillig. Noch Laser. Was? Wo ist der Laser? Der Laser ist hinfort. Was? 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 Ah! I see! Warte kurz. Hier machen wir eine Dauerschleife rein. Laser Power plus 1. Plus 2. Plus 3. 4. Das lasse ich jetzt eine Weile. Loop Around. Hier steht da sogar noch extra. Das ist schön. Das sollte reichen. Dankeschön. Gott, warum ist alles... Oh Gott, die Mucke wird immer schlimmer. Da oben ist ja ein Backbutton. Wo kommt denn der her? Wo ist das Back-Hair-Button? Schmerzen? Schmerzen. Warte kurz. Ah. Oh nein. Was? Da geht man sofort down. Ich darf mein Laser nicht zu schnell schwingen Boah Das ist irgendwie Heute ist es irgendwie Meine Güte Ich hab also Ich hab wirklich mit allem möglichen gerechnet bei dem Spiel Vor allem weil es so pink aussieht Nimm den Finger da weg Wie kann ich denn da Was soll ich denn da Wie mach ich denn das Und was erinnert mich die Musik Ist auch von Pokémon oder Paume cheat Ja nur ein bisschen Nur ein bisschen Ich nutze doch nur Dinge die da sind Warum nicht mal der Depot aktualisiert den Quatsch Den hat er aber auch noch nie aktualisiert Ist doch mal gut mit dem Thema Ist doch scheißegal was für ein Spiel ich da drin habe Hui Oh Gott sei Dank Da hinten war doch noch was So Puh Der Sound ist grausam Ja Ja Hä Jetzt muss ich ja fliegen Hä Kann ich das Wasser wegschießen Nein das hilft auch nicht Back That level is a little tricky Ja ja ich merk schon Oh level up Okay Liebe YouTuber Ich würde jetzt sagen Ich mach hier mal einen kleinen Cut rein Weil die Leute bei Twitch Kacken sich alle schon total ins Höschen Weil nicht das richtige Spiel eingestellt ist Und das ist jetzt ein ganz großes Drama Außerdem geht die Folge doch länger Viel viel länger als gedacht Darum also falls So Ja Ihr dürft euch freuen auf Teil 2 Oder auch nicht Am besten ist ihr freut euch nicht Bis zum nächsten Mal Ich bin der Baume Auf Wiederschauen Und Reingehauen Tschüssikowski